Ein altes Klischee, Männer sind nicht multitaskfähig. Nach einer neuen Studie hat sich jetzt herausgestellt, dass Frauen auch nicht multitaskfähig sind. Glauben Sie, dass Frauen besser Multitasken sind als wie Männer? Also ich denke schon ein bisschen besser, weil die können doch mehrere Dinge gleichzeitig durchsäht man der Frauen auch. Ist schon glaube ich in der Praxis so, wenn man das einmal mit Männern verglichen, dass sie etwas besser sind. Ich denke nicht, dass Welten dazwischen liegen, aber Kleine werden es besser sein. Ehrlich gesagt nicht wirklich, weil einen direkten Vergleich würde ich gar nicht sehen. Das kommt auf den Typ drauf an, das kommt auf die Ausbildung drauf an, das kommt. Es gibt Leute, die sind zu Hause chaotisch und in der Firma top durchorganisiert, es gibt das komplette Gegenteil. Also ich glaube nicht, dass man das geschlechtsspezifisch differenzieren kann. Nein, glaube ich nicht. Wieso nicht? Weil es gibt oft bei sozialer Sachen sicher, aber sonst glaube ich, das ist wie bei dem Spiel, da sind Männer sicher viel besser. Sie haben jetzt selber den Test gemacht. Glauben Sie also, dass Männer hier besser abschneiden werden? Absolut, ja. Puh, schwierige Frage. Ich habe noch keine Frauen damit spielen zu sehen. Also ich denke, die am Test schnitten sich sicher mindestens gleich gut ab, weil Männer eher Computerspiele machen. Und das ist alle, dass sie zusprochen ist. Weiter資592-3-5-4-4-4-4-4-4. Und das ist alles. Und das ist alles. Bistungen sind viel besser.